Die Kanzlerin will sich selbst ein Bild machen. Auch wenn die Aufräumarbeiten schon seit Wochen laufen, steht der Wiederaufbau noch am Anfang. Von vielen Häusern sind nur die Grundmauern geblieben. Hier stand das Wasser zwei Meter hoch. Allein in Fischbeck müssen Millionen investiert werden. Die Not in der gesamten Region ist sehr groß, wenn man sich das hier ansieht. Die Landwirtschaft ist vollkommen zusammengebrochen, gewerbliche Betriebe zusammengebrochen. Und dann das Leid und Elend, was man hier in der Bevölkerung sieht. Anfang Juni ging Fischbeck in den Fluten unter. Ein Elbdeich war gebrochen. Ausrangierte Schiffe wurden gesprengt, das Loch so einigermaßen geschlossen. Viele Menschen stehen jetzt vor dem Nichts. Die Kanzlerin will Mut machen. Ich nehme den Eindruck mit, dass Wust-Fischbeck natürlich wahnsinnig betroffen ist. Dass fast jeder Bürger einfach ein Stück Arbeit hat. Und manche, da ist alles weg. Und ich sehe, dass viel Einsatz da ist. Und umso mehr bin ich natürlich auch bewegt, dass wir gemeinsam mit dem Land die Probleme so schnell wie möglich lösen. Für den Neustart ist viel Geld nötig. Die ersten Summen aus dem 8 Milliarden Euro Hilfsfonds sollen im August in die zerstörten Gebiete gehen. Dann soll der Wiederaufbau richtig losgehen, auch in Fischbeck.